das war doch eine legendäre Runde oder nicht jetzt kannst du eigentlich auch Lili? Azila ja, also so rein Q-Spam und Ulti setzen ja ich könnte allerdings auch ein Lust anbieten wenn es es dann gibt, supporter zu spielen ich tue das nicht so gut aber Lili ist eigentlich recht gut ah, der Typ will Tyrande nehmen ist aber nicht derselbe von gerade, oder? ich hoffe nicht er heißt, nee, er heißt Baphlusio was nehmen wir hier auf der Karte? Zagala Thrive mhm Phoenix, kannst du denn auch ein Main Tank? Main Tank ist jetzt nicht so meine Stärke kannst du Johanna? ich hab Johanna, aber ob ich so, also durchschnittlich, sag ich jetzt mal wie gesagt, das ist eigentlich nicht so meine Parade weil meine Rolle ist eher so, wie ich was zwischen Bruiser so, ich sag mal, Athanis oder Malta eben sowas, wenn der Solo nehmt Schaden macht aber nicht sofort platzt das ist so eigentlich mein Optimum soll ich, äh, Mephisto nehmen oder bei Zagala bleiben? Jo, pick mal Mephisto das habe ich kein Damage mhm weil, wir haben ja mit Athanis eigentlich schon Solo Laner mit dir, Thrall, zwei Solo Laner sonst ist das so wie gerade, weißt du? äh, Zagara Moos Damage Seratul Gulda, Kelta, sind wir sowas fangen? Jo, klingt gut ja, lieber Kelta, ist find ich gut oh, Level 100, ey oh Gott der andere Level 102, oh Gott bitte mal noch ein Smurf das ist, äh, stimmt, ist ein Dapper Kurs Vikings? Du hättest Last Pick nehmen sollen und jetzt auf Butcher switchen ey. Boah, die haben eigentlich gar kein Damage. Ne. Die setzen auf maximal XP. Ja, und maximal Objective tappen. Mit Vikings überall. Diamond 2 mit 2 Silver Boys. Ist klar. Silber Seratul. Wollen wir mal gucken wie der Silber Seratul jetzt mal abgeht. Silber 2 Seratul. Ja. Tyrande Silber 1. Na da bin ich auch mal gespannt. Wie die Stunts so sitzen und so. Echt amüsant. Der Diatyp denkt sich ich will Master werden. Ich nehm Vikings. Das ist aber bestimmt auch ne Strat von denen. Vikings mit Seratul. Dass Vikings soaken können. Seratul rennt rum, holt die Leute ab ey. Hm. Ja. Vielleicht hätte ich doch Zagara nehmen sollen. Aber dann hätten die's vielleicht auch nicht gepickt ne. Das weiß man nicht. Seid ihr untot oder ein Dämm? Obwohl mit meiner Mephisto Ulti. Sind Vikings auch ziemlich äh. Ja die könnt ihr ja dodgen ne. Die könnt ihr ja in der Luft springen. Ja gut. Also damit lässt er sich vielleicht einmal verarschen. Aber dann. Am nächsten Mal. Falls er das auch. Ist eigentlich ganz nice. Auch mit meiner 20er Ulti. Dass sie dann nochmal wiederholt wird. Wenn einer stirbt. Das ist schon gut. Nicht irritieren lassen ne. Ich blink da rein um Damage zu machen. Und blinkt mich wieder raus. Automatisch. Wir sind zu viert Mitte. Seratul Mitte. Wir sind zu viert Mitte. Wir sind zu viert Mitte. Ich bin zu viert Mitte. Hey SSG. Ich hab den Slater 2 gefördert. Ich bin zu viert. Ich hab den Slater 2 gelegt. Ich hab den Slater 2 gelegt. Oh mein. Wir sind zu weit. Boah, ich hätte ihn zweimal fast gekillt, ey. 7k Damage. Kann sein, dass die runterkommen. Die sind nicht mehr in der Mitte. Ich sehe die nicht. Zurück, zurück, Phoenix. Die müssen aufpassen mit den Vikings. Ich glaube, die machen die Cam. Ja, die machen die Cam. Dings, sehr gratulisieren. Miss. Hat das Spiel verlassen. Genau, ist ja noch nicht schwer genug. Es ist echt unmöglich, dieses Spiel. Gute Spiele zu bekommen. Soll ich zu dir runterkommen? Das Blöde ist, die soken halt weiter jetzt. Tapp lieber. Wir sollten eigentlich lieber unseren. Tapp. Zurück, zurück. Geblockt von den Leuten. Vom eigenen Team. Ja, Vikings steppt alles, oder was? Sehr gut, Phoenix. Oh Gott, Megasold. Ja. Ich wusste nicht, dass die alle hier sind. Ja, ja. Ich weiß nicht. Nein, lass sie, lass sie. Okay. Wieder soken, wieder soken. Was wollen die ja nur? Das wollen sie immer mit den Pülen. So, die ganze Zeit XP voll. Vor dem Topf, Phoenix. Vor dem Topf. Nein. Ich muss ansagen, wo links ist. Mitte sind vier. Mitte ist Seratul. Panzerung. Panzerung ist gut hier, ne? Ja. So. Ah, Seratul Mitte wieder. Ah, dich kriege ich, Junge. DICH KRIGE ich, Junge! Nicht mit mir. Ja. Nein, das ist jetzt sehr wett. Das ist jetzt sehr wett. Okay, ich bin raus. Geht zurück, unseren Treppen. Schilds. Ich hab noch Zeit. Versuche noch die Läden fertig zu machen. Aber lass dich nicht abholen. Ich hab voll Leben. Komm zurück, komm zurück. Ich tappe unseren. Ja. Und dann komm ich direkt rüber. Eule. Tap nochmal. Vikings tap bei denen. Seratul ist bot. Seratul ist bot. Wir können pushen. Ich geh nach unten. Sonst verlieren wir zu viel XP unten. Einer Mitte. Einer Mitte. Einer Mitte. Wieder top. Nein, ich wurde gehockt. Scheiße. Und dann... Pfff. Joloooooo. Was? Wann wir nur den Sound hören, aber kein Bild dazu haben? Das stimmt. Boah, das war so krass. Knapp gerade, ey. Boah, ey. Jemals in meinem Leben. ein Highlight-Video macht, kommt das rein. Oh Gott. Das war so knapp. Junge, Junge, Junge. Wo ist der Rat holen? Weiß ich nicht. Nicht oben. Das ist auf jeden Fall woanders. Ich komme jetzt mal runter, damit wir da mal was abholen können. Warte. Ist oben bei mir. Ich ulti. Die sind tot. Der Kleine ist nicht gestorben. Scheinbar nicht. Der Große ist gestorben. Oh Gott. Nein, das hat er noch überlegt. Ja, ja, der hockt nicht schlecht, du. Der hockt nicht schlecht. Nicht mit mir. Ulti rein. Ja. Ulti rein. Sehr gut. Getötet. Das Commander. Ich blink nochmal rein. Nur um Damage zu machen. Bin wieder raus. Zogen, zogen. Wir verlieren. Ich gehe wieder hoch. Ich gehe wieder hoch. Soll ich bottom bleiben? Ja. Aber ich solo ist nicht so geil, ne? Ja, Phoenix kann dir gleich helfen. Nein, der löst mich gleich ab. Ah ja, 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 ja. Die wollen mich holen. Die kriegen mich auch. Ja. Die kriegen mich. Oder auch nicht. Krass. So was von close. Und bitte schreit, wenn ihr einen kurz vor Tod seht, ne? Denkt an meine Ulti. Einfach schreien. Drück, drück, drück. Dann drücke ich und dann stirbt einer. So easy. Ja. Und die ist drin. Mach mal. Saya ist fast tot. Shit. Ich habe gehofft, die hätte Cooldown auf dem Schild. Naja. Die haben so ein Glück, ne? Phoenix, Ulti rein. Ulti. Die kommt. Und Autotack. Nicht weglaufen. In solchen Situationen. Doch du generierst du keine Schilder. Pfff. Pfff. Ey, die Tyrande trifft alle Silbertyrande. Ach, ist klar, ey. Oh, Mann. Bin ich auch gestorben. Oh, Mann. Ich bin gleich. Wer kennt. Wie er kennt. Ja. Bin noch nicht da. Oh. Die ist drin. Sehr gut. Pfff. Wir sind eingef... Yo. Dinger. So. Was jetzt? Oh, nein. Ich wurde gehofft. Scheiße. Geil. 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 Zu den, zu den... Objekte gehen. Ja. Wir brauchen die Objekte. Nicht alle nach unten, Leute. Warte. Warte, ich geh runter. Warte, mach ich jetzt hoch. Ja, ich kann nicht so gut Solo zu denen. Das ist das. Ich bin ein Mage. Ja, jetzt sind hier zwei. Ja, ich komme. Wie gesagt. Ulti, Ulti. Hast du? Ich? Nein. Fenix, meine ich. Ja. Ich brauche. Aber darauf drauf 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 drauf. Der versucht die ganze Zeit zu tippen im Fight, ey, krass. Boah, Junge. Ich krieg ihn nicht. Verarscht uns, ne? Krass. Ah, schade. Warte mal ab, wenn ich meine 20er Ulti hab, dann ist vorbei mit denen, ey. Ich allein bin schon über dieses Reich und ich lasse nichts. Und es ist wieder Ivan. Ist der Camp? Bot, 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 Daphne. Ah, bot, 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 bot. Vorbei. Camps, machen Camps. Ne, die machen Boss. Hoffentlich nicht. Ah, ne, die machen Campe oben. Das machen sie. Oh, nicht fighten, nicht fighten. 3 gegen 5. Ah, jetzt setzt du den Cooldown von meiner Ulti zurück. Nein, ich bin eingedingert. Nein, ich bin eingedingert. Uchi? Geht ohne Mitte liegen. Hm. Ah, ich hätte ihn fast gekriegt. Du, Phoenix, du musst ihn so, du musst ihn so. Der steht hier, Phoenix. Ich habe alle dem scheiß kleinen Viking hinterher, ey. Ich glaube es nicht. Komm, jetzt reicht's dir. Jetzt reicht's dir. Wobei. Wir haben beide gekriegt, ne? Nein. Nein? Nur den durch meine Ulti. Ah, ich meine beide Türme. Ach so, ja. Das ja. Ulti kommt. Oh, jetzt bin ich tot, oder? Ich kann nicht. Ich bin gedingert. Oh, jetzt bin ich tot. Keine Heel gekriegt. Oh, das ist bad. Ich meine, wir sind vorne, aber. Ich bin tot. Ärgert mich. Die Zaya hat mich mit der Ulti gekriegt, deshalb bin ich gestorben. Naja, sobald ich da bin, ja. Aber jetzt läuft er auch mit den Vikings zusammen, ne? Ist eigentlich sehr gut für mich auch. Alle nach unten. Boss kann ich auch machen. Wo sind die Tanks zonen jetzt? Die Tanken zonen zonen, also rechts. Phoenix und Busch rein da. Puppe. Pullsie. Ich mach auch Ulti. Oh nein, ich wurde eingefroren. Aufschoben ist nicht auf. Wir hoben, meine Freunde. So, Tyrande, ne? Wie ist das so in Silber, ne? Nein, oh, so Knopf verfehlt. Uns erkennt? Ja, erkennt. Immer jetzt mit 5 lang rumlaufen. Hier, geht's sehr, sehr, sehr gut. Boah, die Johanna hat ihr Schild nach Mecklen geworden, ey. Echt, der hat das echter einen Garten geworden, ey. Ich muss eskortieren, das Ding kaputt machen. Du musst eskortieren, das Ding kaputt machen. Multi? Ja. Zurück. Zurück, sonst teppen gleich die Vikings das Ding. Rück, zurück. Die Vikings sind... ...weggelaufen! Jetzt sterb ich! Alter, so eine Fache! 28, weg! Phoenix, weg! Hau ab, hau ab! Weg! Ich bin schon dabei! Das war bad. Das war richtig bad. Ja, man hätte da aus dem Tower rausgemist. Ja. Entweder bleiben alle drin, oder es gehen alle raus. Nicht der von da, nicht der von da, ich sterbe ihn nur. Wer war alles Silber? Die Tyrande und der Seratul, ne? Ja. Ah, jetzt habe ich auch die 20er Ulti. Jetzt müsste es eigentlich besser gehen. Oh Gott, die sind in der Mitte, alle. Sollen wir mit der Defne oder unten holen? Unten holen. Unten holen. Hat's nicht, Defne. Scheiße, ich wollte noch mal Damage machen. Jetzt gehen die Top holen, dann umgehen wir Mitte holen, oder was? Wir holen mit der. Wobei ich da auch reinspringen kann, ein bisschen Damage machen. Egal, nur mal sicher. Oben zurückholen, oder direkt objected? Schaffen wir nicht, ne? Nee, wir schaffen wir nicht. Wir könnten uns hier ums Camp fighten. Ich glaube, da müssen wir uns holen die. Obwohl, dann tappen beidesmal die Vikings, das ist auch scheiße. Lass uns unten hingehen. Nicht da durchlaufen. Schrei einfach, wenn ich meine Ulti machen soll, wenn ihr einen Low seht. Nur ich muss damit am besten jemand töten. Lass uns dann wieder entstanden. Und da ist einutet wunderschön. Das ist egal. Ah, die Terrenne war auch noch festgestimmt. Warte, hol das Ding zurück, hol das Ding. Warte, ist der Phoenix-Tap. Aber er ist gleich, wenn wir designen. Gut, ich warte hier. Jetzt. Ah, bei Mitte holt Vikings. Das hat nichts gebracht. Ne, wieso? Das zählt, wenn er ansetzt. Wir können einen Boss machen. Der Ding hat noch 30 Sekunden. Alle Bossen. I'm firing my laser. Überall rennen Vikings rum, ne? Ja, ist so schlimm. Wir sind wieder da. Und jetzt raus. Das hat es doch gewesen, oder? Ja. Boah. Boah. Richtig anstrengend gewesen. Ja. Boah. Die hätten das fast noch geschafft, ne? Boah. Vikings war so nervig. Ja. Aber mit Mephisto ist eigentlich gut gegen Vikings. Mit der Ulti alleine schon. Ja, wir kriegen noch 188 Punkte, oder was. Mhm. So, ihr seht. Jetzt konnte ich gar nicht sehen, wie viel Damage ich hatte. Egal. 101.000. 101.000? Ja. Nice.